und weiter geht's mit marvel sturm der superheld ich würde sagen wir zocken gleich mal weiter kleine runde mit gamora die fetzt ja eigentlich hier oben seht ihr die superkräfte dann gibt es hier so eine allgemein infos und 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 wir können natürlich auch ein paar trainieren wenn wir bock haben das könnten wir eigentlich auch gleich mal machen ich glaube das mache ich jetzt habe ich irgendwie bock drauf immer gleich noch mal zurück dann gehen wir einfach mal hier auf unsere champions gehen einfach mal hier auf unseren koloss aus würde ich sagen und gehen hier auf aufrüsten zack und rüsten den jetzt erstmal eine runde auf davon haben wir ja noch deswegen machen wir das jetzt einfach zack level aufstieg sehr schön so was können wir jetzt machen was hat der für eine speciale gelbe ja so machen wir das und gehen auf aufrüsten zack jetzt wird er gleich nochmal aufgerüstet so soll das natürlich sein jetzt ist unser koloss ist auf jeden fall relativ gestärkt so dann gehen wir zurück und zocken dann erstmal eine runde würde ich sagen gehen wir nochmal hier zurück und gehen erstmal wieder auf duel nehmen wir hier auf blitzduell wieder mal und können uns jetzt den gegner und erstmal unseren kämpfer auswählen nehmen wir gamora haben wir gesagt hallo zurück und dann jetzt auch schon los gucken wir ihn mal als gegner bekommen auch schon wieder iron man ok den hat man hier echt relativ oft muss ich sagen finde ich auch manchmal ein bisschen nervig ich würde gerne mal gegen tor und so ein paar agenten zocken aber es ist ja hauptsache wie ich bin darauf komplett an zack 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 auf jeden fall mal ein bisschen ach schade ich wollte gerade sagen unser kombo war extrem cool gerade schon aber da haben wir gleich wieder versaut hast du dir so gedacht war kollege ja ko das war auf jeden fall ein richtig cooler ko auf jeden fall haben wir unseren gegner gut auf bretter geschickt und haben den sieg für uns herum so dann gehen wir einfach mal weiter gucken gleich mal wenn wir als nächsten gegner bekommen wir zocken würde ich sagen einfach mal eine runde mit scarlet rich so und suchen uns natürlichen gegner naja schon wieder iron man gibt es ja nicht naja aber ich denke mal das werden wir auch schaffen ihr könnt mal eine kommentare schreiben wie viel kämpfe ihr schon gewonnen habt würde mich auf jeden fall interessieren was da für eine quote habt und natürlich auch welcher kämpfer euer lieblingskämpfer ist ihr könnt da natürlich auch mal rin klatschen in den kommentaren man gibt es ja hier bämm 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 genauso sieht es nämlich aus oh jetzt kriegen wir gleich mal ihn auf die mütze aber deshalb so wild jetzt teilen wir ihn nämlich gleich nochmal aus zack und jetzt schicken wir ihn gleich mal auf die bretter junge wenn es so weiter geht dann sieht er bald keine sonne mehr er hat gerade voll gehackt ja k.o. so sehr schön den kampf haben wir auch gewonnen hier auf jeden fall wie er jetzt zeigt was auf tasche hat gehen wir hier erstmal auf weiter und nehmen unseren nächsten kämpfer oder unseren nächsten superhelden sagen wir es so ich würde sagen wir zocken eine runde mit wem wollen wir zocken wischen ja nehmen wir wischen einfach und zocken nochmal eine runde cool scarlet rich jetzt ist aber ein cooler kampf irgendwie kämpfe ich eigentlich nicht ganz so oft von daher passt das heik auf jeden fall auch mal bock drauf gucken ob wir gewinnen wäre auf jeden fall eine coole sache aber garantieren kann man natürlich nie für irgendwas was haben wir denn schon für ein kombo am start ein 30er kombo alter wie krank sind wir denn schreibt meine kommentare was euer bester kombo bis jetzt war also ich glaube das war hier mein bester was ist das für ein kombo gewesen höchster kombo 31 wir haben 36 treffer ausgeteilt das muss man sich mal überlegen und haben noch drei treffer eingesteckt 31 kombo echt extrem genial muss ich sagen davon mal erstmal ein screenshot weil die waldet habe ich nicht so oft gut dann gehen wir auch weiter zocken auf jeden fall mal die nächste runde gucken wir mal da als gegnern bekommen erst mal müssen wir uns aber ausmachen mit wem wir zocken wollen auf wen hättet ihr bock reno abomination oder kolossus also ich habe eigentlich ganz ehrlich gesagt mal auf kolossus bock weil der einfach mal extrem cool ist extrem schnell ist und auf jeden fall power im schlachert von daher würde ich sagen zocken wir mal hier mit ihm in junger naut so dann blocken wir als erstes natürlich weichen aus und dann fangen wir einfach mal an teilen hier ein bisschen aus mit unserem kolossus was bist du für ein knüppel ey auf jeden fall haben wir aber gut ausgeteilt ja hier mit gleich nochmal eine mit und gleich noch eine kurzer prozess und der junge naut sieht ja keine sonne und wir machen ihn richtig platt ja jetzt kriegen wir auch mal zwei drei aber da drauf ist hier schissen ja gut okay naja auf jeden fall ist er stärker geworden aber bald ist er ok jetzt nämlich so der sieg ist in unserer tasche unser kolossus hat weltklasse gewonnen akkurat gekämpft muss ich sagen 34 erfolgreiche treffer haben wir ausgeteilt und 11 haben wir eingesteckt naja so dann zocken wir jetzt eine runde mit wem abomination oder rino ich würde sagen ich habe gerade bock auf rino zocken mit ihm einfach mal eine runde können wir ja gemeinsam abchecken was mit ihm so geht so cool yingamora das machen wir auf jeden fall klar hoffe ich bis jetzt sieht es gut aus aber das kann sie natürlich auch ganz schnell platt wenn da muss man immer abwägen also nie so eine große fresse riskieren und sagen jo mal ne Mike platt und dann bist du am Arsch also es ist immer unterschiedlich aber bis jetzt sieht es trotzdem erstmal ganz süd für uns aus yeah ko wir hätten sie ja nochmal ein special reißen können aber drauf geschüssen unser rino hat gewonnen gamora hat sie hat da richtig auseinander gefetzt 34 schläge haben wir ausgeteilt 7er eingesteckt unser höchster kombo gerade mal ein 12er naja ist aber trotzdem okay ich würde sagen wir zocken aber noch unsere letzte runde mit abomination checken natürlich wieder mal unseren gegner oh cool wir zocken gegen tor halk richtig bock drauf der ist aber natürlich auch ein bisschen stärker als wir wir müssen einfach blocken austeilen und gut ist dann müssten wir eigentlich packen komm tor zack du kriegst auf der mütze richtig glück gehabt dass wir den ollen hammer ne vor der schnauze gekriegt haben hat auf jeden fall jetzt kriegen wir aber ein special hier ab jetzt sind wir erlebt aber jetzt teilen wir unseren aus kollege junge ja tja tor ich glaube bei dir ist bald feierabend wenn es so weiter geht yeah ko auf jeden fall ein bombastischer sieg muss ich sagen von unserem abomination hat er auf jeden fall ganze arbeit geleistet und zeigt was er auf tasche hat so 40 schläge haben wir ausgeteilt 13 eine steckt unser höchster kombo gegen tor war 17 ju dann sind wir auch erst mal wieder durch würde ich sagen ich hoffe euch hat sie fallen und hoffe natürlich dass ihr beim nächsten mal wieder einschaltet werdet wieder als marvel sturm der superhelden wird ihr zockt auf jeden fall eine extrem geile app mit übelst krassen superhelden mit denen es auf jeden fall richtig fun macht zu zocken kann ich euch nur empfehlen zockt das einfach mal an und ihr werdet süchtig sein wir sehen uns bis dann tschau tschau